Wir wollen nicht zum Alten zurück, so der heutige Predigtitel. Ja, bist du denn noch bei Trost, ist die erste Reaktion, die die Leute sagen würden. Ja, natürlich wollen wir raus im Biergarten, wir wollen ja wieder das Alte haben. Wer will denn das nicht haben? Wieso willst du denn das nicht haben? Endlich wieder Normalität, ganz klar. Das sind die ersten Gedanken, die kommen. Aber der zweite Gedanke, der kam von meiner Frau. Nein, sie hat direkt darauf geantwortet, auf keinen Fall das Alte mehr, sondern Neues. Sie will das Neue. Und das ist der richtige Gedanke, der hier in dieser Predigt steckt. Wir wollen das Neue erleben. Wir wollen nach vorne. Und die Gegenfrage lautet ja direkt, ist denn das Alte schlecht? Das sind die Themen, um das es mir heute geht. Was ist das Alte und was ist das Neue? Und warum ist denn das Neue eigentlich überhaupt besser? Zwei Beispiele. Ich war früher Antiquitätenhändler. Neue Sachen haben mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich war sogar richtig dagegen. Ich habe zum Beispiel, weil ich Möbel verkauft habe, einen Möbelhandel nie betreten. War völlig uninteressant für mich. Ich habe alte Möbel verkauft. Da war ich voll überzeugt. Und dann habe ich aber tatsächlich nach zehn Jahren diesen Antiquitätenhandel aufgehört. Und die erste Stelle, die mir eingefallen ist, ist dieser Möbelhandel gewesen. Wo ich mich hätte vielleicht bewerben können. Wo ich noch nie drin war. In meinem ganzen Leben habe ich mir gedacht, schaust du mal rein. Und war echt überrascht, weil da gab es ja interessante Möbel. Und dann habe ich jemanden getroffen und der sagt, was machst denn du da und so. Und da sage ich, ich weiß nicht, ich bin das erste Mal da. Ich würde mich mal interessieren. Wie ist denn das eigentlich hier im Verkauf und so. Und da sagt sie, willst du dich bewerben? Wie hätten wir gerade eine Stelle? War das erste Mal in so einem Möbelhandel drin. Und da sage ich, ja, eigentlich schon. Du, dann stelle ich dich gleich vor. Bin schlagartig genommen worden. An dem Tag. So, und dann habe ich zehn Jahre Designermöbel verkauft. Klasse. Also richtig edles Zeug. Und geplant und so. Und mir gefällt beides sehr gut. Altes ist gut. Neues ist gut. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Und da habe ich was mitgebracht. Ja, was ist denn das jetzt, gell? Schauen wir mal, was das hier ist. Das ist eine Kracherlflasche, wie es so schön heißt. Borsch, das Kracherl, das Limo. Und warum heißt es denn Kracherl? Weil da so eine Kugel drin ist. Und da ist Limo reingefüllt worden mit Kohlensäure. Und dann war das Ding ja nicht dicht. Und da ist so eine Kugel drin. Die fliegt nicht runter. Das ist da oben so, sieht man, so ein Schuss. Und dann hat man quasi die Flasche zugemacht mit einem großen Schwung. Und die Kohlensäure hat, da ist ja innen eine Gummidichtung drin, die Kugel gegen die Gummidichtung gedrückt. Und da war die Flasche dicht. Und wenn man es aufgemacht hat, das Limo, dann hat man den Finger reingesteckt. Die Kugel ist runter, der Schuss, und es hat gekracht. Das Kracherl. So, jetzt wisst ihr endlich, die Bayern, woher das Kracherl kommt, gell? Die heutige Variante schaut eher so aus. So, hier sind wir in der Entwicklungsstufe von der Kracherlflasche. Das ist übrigens die türkische Variante. Und das hier auch etwas, was wir gut kennen. Nicht mehr. Aber es gibt es übrigens noch viel in der ganzen Welt. Die Milliflaschen. Die Millie hat man da geholt. Die Milch. Heute schaut das innovativer aus. So, mit verschließbarem Druck. Damals hat es einen Korken gegeben. Oder einen Gummistopfen später. So, was ich sagen will, ist, die Dinge, das Alte, ich habe davon eine ganze Menge, die liebe ich. Diese Flaschen. Aber manches hat eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Alt ist schön, habe ich heute als Deko. Neu ist besser. In dem Fall handlicher. Praktisch. So. Alt und Neu. Das ist mein Thema heute. Das Alte ist nicht schlecht. Hat seinen Wert gehabt. Das Neue ist aber sehr gut, weil es sich entwickelt hat. Eine Entwicklung. Und wer jetzt sagt, oh mei, das interessiert mich gar nicht. Wer will denn schon so Zeug haben und Entwicklung. Das Alte ist gut. Ich frage euch, wer hat denn hier ein Handy, ein Smartphone. Okay, damit sind wir genau im Deutschlandtrend, weil 86% aller Deutschen besitzen ein Smartphone. 86% der Deutschen besitzen ein mobiles Endgerät. So heißt es professionell. Ein mobiles Endgerät. Smartphone. So. Vor 20, 30 Jahren haben die Leute gesagt, Quatsch, brauchen wir nicht. Und jetzt, die Gegenfrage, die brauche ich gar nicht stellen, weil wer es sich gekauft hat, ist überzeugt davon, dass es was Gutes ist. Er ist die Entwicklung schon gegangen. Das Neue ist gut. Deswegen kaufen wir uns auch so etwas. Weil wir den Nutzen sehen in der Entwicklung. Ganz eindeutig. Wer will denn heute schon wie früher telefonieren oder ohne Telefon? Also, ganz klar, dieses Beispiel ist der Beweis. In unserem Filmbeitrag, was wir gesehen haben, hat der Schauspieler das Alte bezwungenermaßen verlassen müssen. Er kann, wegen der Corona-Krise, ist ja ein Riesenthema, die ganze Kulturzähne liegt am Boden, es geht nichts mehr, hat er etwas Neues machen müssen. Er musste einen neuen Weg einschlagen und er hatte glücklicherweise diesen Pizzaofen sich gekauft und hat dann dem Pferdeanhänger umgebaut und verkauft heute Pizza. Etwas, was er schon immer mal machen wollte. Jetzt hat er die Gelegenheit dazu gehabt. So kann er seine Familie versorgen in dieser Zeit. Er musste das Alte verlassen und das Neue angehen. Interessant wäre dann bloß die Frage, ob er weitermacht. Ob er weiter Pizza verkauft oder ob er wieder zurück auf die Bühne geht. Wissen wir noch nicht, wir sind noch mittendrin im Corona-Schock und alles liegt noch da nieder. Es lohnt sich aber, das können wir sehr gut an diesen Geschichten sehen und an den Beispielen, es lohnt sich nicht, stehen zu bleiben. Es lohnt sich nicht. Es gibt keine Entwicklung, wenn wir stehen bleiben, sondern wir müssen uns entwickeln. Und es ist gut sich zu entwickeln und das Neue positiv anzunehmen, um dann auch damit wirklich vorwärts zu kommen. Weil wir kommen durch Entwicklungen vorwärts in unserem Leben. Wenn wir stehen bleiben würden, kämen wir nicht vorwärts. Wir würden uns zurückentwickeln. Faktisch. Ich habe ja mehrere Söhne und die fordern mich immer auf, mich zu entwickeln. Und das ist gut so. Anstrengend, das möchte ich nicht verschweigen. Anstrengend, aber gut so. Weil wir brauchen eine Entwicklung. Die Welt entwickelt sich auch, wenn wir uns nicht entwickeln. Alt und neu, darum geht es mir heute. Das ist mein Thema. Eine andere, sehr ermutigende Geschichte zu diesem Thema lesen wir in Lukas 17, Vers 11. Es ist eine kleine Geschichte und ich lese sie erst mal. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, Jesus, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt, also geheilt. Einer aber von ihnen kehrte zurück. Und als er sah, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. In unserer Geschichte haben zehn Menschen eine sehr große Not. Sie leben außerhalb, isoliert von der Gesellschaft. Sie haben keinen Anteil mehr. Wegen der Ansteckungsgefahr des Aussatzes, viele meinen, es ist Lepa damals gewesen, aber es sind alle Krankheiten, die ansteckend waren, Hautkrankheiten, unter Aussatz gefallen. Konnten sie nicht mehr in der Gesellschaft sein. Sie mussten sich außerhalb der Gesellschaft bewegen. Sie durften nicht mit Menschen zusammenkommen. Wegen der Ansteckungsgefahr. Wir kennen das jetzt besser denn je, wegen Corona und Quarantänemaßnahmen. Sowas haben wir vorher noch nicht gehabt. Aber jetzt wissen wir sehr genau, was es bedeutet. Und das sind nur 14 Tage. Diese Menschen kamen nie mehr in die Gesellschaft zurück. Von was leben sie? Wer versorgt sie? Wo leben sie? Wenn sich ihnen jemand näherte, mussten sie von Weitem schon rufen, unrein, unrein, damit ja niemand aus Versehen sich ihnen nähert und sich ansteckt. Ein dramatisches Leben. Wir können es uns nicht vorstellen. Steht in 3. Mose Kapitel 13, 14. Die Verordnungen, wie man mit Aussatz umgehen muss. Es war eine Bedrohung für die Gesellschaft. Wer Aussatz hatte, war je nachdem, was er für einen Aussatz hatte, wenn er Lepra hatte, dem Tod geweiht. Ein langsames Sterben. Und wenn er nicht starb, war er außerhalb der Gesellschaft lebend. Sie bettelten ihren Lebensunterhalt aus der Ferne. Niemand konnte sich ihnen nähen. Arbeit hatten sie nicht. Was hätten sie arbeiten sollen? Wer will von einem Leprakranken Arbeit haben? Wir müssen ja heute schon die Tische infizieren und die Tierklinken wegen Corona. Nun lesen wir aber etwas Erstaunliches. Statt unrein, unrein, rufen sie Jesus, Meister, erbarm dich unser. Sie rufen nicht unrein, unrein. Sie rufen etwas anderes. Jesus, Meister, erbarme dich unsere. Wieso rufen sie das? Kannten sie Jesus? Hatten sie schon von ihm gehört? Wieso wussten sie, dass er es ist, der dort gerade daherkommt? Die Aussätzigen lebten im Grenzland. Wir hören es zwischen Samaria und Galiläa. Jesus ist wieder mal auf dem Weg nach Jerusalem. So lesen wir. Und der bewusste Weg von Galiläa, wo er hergekommen ist, vom See Genezareth, wo er viel gewürgt hat und immer wieder nach Jerusalem zu den Festen gegangen ist, ist durch Samaria. Das ist die Situation. Zu den drei großen Festen, den Pilgerfesten, war er immer unterwegs. Drei Jahre lang hat er gewürgt. Und die großen Pilgerfeste Pessach, Schavuot und Sukkot, wo die Menschen, die Juden hingegangen sind, zum Tempel nach Jerusalem, um zu feiern, das Erntedankfest, das Laubhüttenfest, das Passafeste, haben, war Jesus unterwegs. So, und immer auf denselben Wegen. Immer auf denselben Wegen. Und wir kennen diese Geschichten, wo er in Jerusalem auftaucht, weil er war immer in Konfrontation mit den religiösen Führern. Einmal hat er die Tische sogar umgeschmissen im Tempel. So, wir kennen diese Geschichten. Und jetzt, in dieser Geschichte, befinden wir uns am Schluss seines dreijährigen Wirkens. Es ist vermutlich sein letzter Gang nach Jerusalem gewesen. Jerusalem, der Weg, den er von Anfang an wusste, dass er gehen wird, ans Kreuz. Das Ziel ist Jerusalem, um am Kreuz zu sterben. Diesen Weg schlägt er ein. Jesus hatte schon öfters Aussätzige geheilt. In den drei Jahren hat er viele Wunder gewirkt. Die Kunde von ihm ging in das ganze Land. Und sie brachten die Kranken zu ihm. Und diese Aussätzigen hatten es gehört. Und sie positionierten sich auf dem Weg. Zehn haben sich zusammengetan, um zu sagen, Jesus, Meister, erbarme dich unserer. Sie hatten seine Lehren gehört. Sie wussten, wer er ist. Sie nannten ihn deswegen Meister, Lehrer. Sie kannten seine Lehre. Und sie wussten sehr genau seine Lehre, weil sie riefen an, erbarme dich unserer. Sie wussten, Jesus ist kein harter Gesetzlehrer. Er ist ein barmherziger Mann, der die Menschen liebt und ihnen hilft. Deswegen rufen sie, erbarme dich unserer. Sie haben das Gebot missachtet, unrein, unrein zu rufen. Und haben sich ihm auf den Weg gestellt und rufen, erbarme dich unserer, Jesus. Das ist die Situation. Sie erheben ihre Stimme. Sie kennen seinen Namen. Sie kennen ihn. Jesus sieht ihren Glauben. Er hört genau zu. Sie kennen seinen Namen. Er weiß, sie rufen ihn Meister, Lehrer. Er weiß, sie haben sich mit ihm beschäftigt. Er weiß, sie haben ihn verstanden, dass er ein barmherziger Gott ist. Und deswegen macht er etwas Erstaunliches. Er heilt sie nicht. Er heilt sie nicht. Er hat sie nicht geheilt wie andere Aussätzige, die er angerührt hat. Wenn du willst, dass ich rein bin. Und dann sagt er, ich will es. Und rührt den Aussätzigen an und heilt ihn. Und dieses Mal nicht. Sondern er schickt sie weg und sagt, zeigt euch den Priestern. Ah ja, da hätten wir jetzt vielleicht schon rebelliert. Und hätten gesagt, heil mich mal gefälligst. So, bin ich extra gekommen. Könnte man sagen. Nein. Aber wir müssen es genau verstehen. Er fordert sie heraus. Weil er sieht, sie haben sich mit ihm beschäftigt. Er begegnet, diese Menschen begegnen ihm nicht das erste Mal. Sie sind ihm schon vorher begegnet in seinen Lehren. Sie haben sich mit ihm beschäftigt. Und er sieht ihren Glauben. Und dann fordert er sie heraus, wie es oft ist bei Menschen, die Jesus schon kennen. Er sagt, zeigt euch den Priestern. Warum den Priestern? Weil auch in diesen Gesetzen drin steht, wenn du geheilt bist von dem Aussatz, dann geh zu den Priestern, sie waren dafür verantwortlich, die dir das bestätigen. Und dann, wenn sie das bestätigen und die Wunden sind weg, die Leprakrankheiten sind geheilt, dann wirst du wieder Teil der Gesellschaft. Dann kannst du zurück. Dann kannst du wieder in die Städte gehen. Dann kannst du wieder unter die Menschen kommen. Dann darfst du wieder in den Tempel gehen. Dann darfst du wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Dann bist du wieder ein volles Mitglied. Dann. Stellen wir uns die Zähne vor. Diese Zähne marschieren mit ihren Lepra oder was sie sonst haben los. Auf den Weg zu den Priestern. Sie glauben und vertrauen Jesus, sonst würden sie sich ja gar nicht auf den Weg gemacht haben. Und dann passiert etwas Folgendes. Er fordert sie nämlich heraus, die gewohnten Wege, das Alte zu verlassen. Sie sollen sich jetzt auf ihn und sein Wort verlassen. Das ist die Zähne. Die Priester lebten in 13 Städten in der Nähe von Jerusalems. Gott hat es so angeordnet, damit sie dann den Priesterdienst im Tempel verrichten können. Also sind sie losmarschiert zu einer dieser Städte. Dort waren die Priester. Und auf dem Weg erleben sie ihre Heilung. Die Priester bestätigen es. Davon gehen wir aus. Und endlich können sie wieder teilnehmen an allem. Das war ihr Ziel. Zurückzukommen in ihr früheres Leben, bevor sie den Aussatz hatten. Lesen wir weiter. Vers 15. Einer, einer, einer aber käf von ihnen, kehrte zurück. Als er sah, dass er geheilt war. Und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Einer kam zurück und hat Gott gedankt für seine Heilung. Dieser Mann ist nicht in sein früheres Leben zurückgegangen. Er hat Hilfe bei Jesus gesucht und er hat sie bekommen. Und er ist nicht in sein altes Leben zurück. Die anderen schon. Die kamen nicht mehr. Er ist zu Jesus zurück, von dem er Hilfe bekommen hat. Und hat ihm dafür gedankt. Er ist einen neuen Weg gegangen, nachdem ihm Jesus begegnet war. Es hat sein Leben verändert, diese Begegnung mit Jesus. Das können wir da rauslesen. Er ist nicht zurück, einfach ins Alte. Wenn einer dich heilt, sollte man meinen, dass es dein Leben verändert. Und dann lesen wir weiter, dann sagt Jesus den entscheidenden Satz. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden, wo sind die neun? Haben sie sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Ich kannte einen Asylanten einmal, also ich kannte mehrere. Damals, vielleicht vor knapp 30 Jahren, sind sie aus Persien geflohen. Ayatollah Khomeini hat die Macht übernommen, der Schar abgesetzt. Und sie sind in Scharen vor dem islamischen Gottesstaat geflohen. Und viele waren in Deutschland. Und sie sind damals in mein Lokal gekommen und es war interessant für mich. Und einer steht vor mir und ich sehe ihn an und er hinkt. Und ich frage, was hast du? Dann sagt er, sein Knie ist kaputt. Wieso? Ja, sie haben ihn gefoltert. Sie haben mit Stöcken auf die Knie geschlagen, bis sie kaputt waren. Und er konnte nicht mehr gehen. Er musste jeden Tag eine Spritze kriegen, damit sein Fuß nicht steif wurde und gelenkig geblieben ist. So hat er es erzählt. Er hat jeden Tag Schmerzen gehabt. Ich war so ergriffen von diesem Schicksal in diesem Moment, dass ich spontan gesagt habe, weißt du was, ich kenne Jesus. Ich möchte für dich beten. Darf ich für dich beten? Und habe die Hände aufgelegt, den Geldbeutel auf die Tresen gelegt, waren die Gäste im Laden, in meiner Pizzeria und gebetet und gesagt, Herr Jesus, begegnet du diesem Mann, heile du ihn. Später kam er wieder und ich frage, hey, was ist denn los? Ja, du stell dir vor, mein Knie ist wunderbar. Dann sage ich, das ist ja super. Warst du beim Arzt? Nee, brauche ich nicht mehr, es ist vorbei. Brauche nicht jeden Tag meine Spritze, es ist vorbei. Denke ich mir, das ist sehr sagenhaft, ich war begeistert. Fast schon mehr als er. So, dann sage ich ihm, du, also wenn Jesus dich heilt, ich habe ja dafür gebetet, komm doch mit in den Gottesdienst. Ja, er sagt, kommt mal mit in den Gottesdienst. Ist dann in den Gottesdienst mitgekommen, war in dem Gottesdienst, hat sich das alles so angeschaut, er war ja Moslem und dachte sich, okay, und dann habe ich ihn nochmal eingeladen, dann ist er nicht mehr gekommen. So, und habe ihn dann aus den Augen verloren. Jahre später, habe ich ihn mit meiner Frau wieder getroffen, auf der Straße, ich denke, ich sehe dich richtig. Da ist der Mann. Sprech ihn an. Namen, glaube ich, ist er. Du, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Was ist mit deinem Knie? Du, alles gut, das Knie ist wunderbar, es ist geheilt. Ich kann seitdem, sage ich, ich muss dir nicht mehr zum Arzt. Nein, ich muss seitdem, du da gebetet hast, nicht mehr zum Arzt, es ist wunderbar, es geheilt. Sag ich, das ist ja toll, Mensch, ich freue mich für dich auch. Super, dass dir gut geht. Nee, mir geht's nicht gut, sagt er. Dann sage ich, wieso geht's dir nicht gut, was ist denn jetzt? Ja, weißt du, das Leben ist schwierig, alles schlecht und tausend Dinge. Auf einmal fängt er da an zu jammern. Vor meinen Augen. Ich dachte, ich höre dich richtig. Wo war die Dankbarkeit? Dass er ein Wunder erlebt hat. Das erlebe ich ja nicht alle Tage. Da kann ich doch nicht jammern, weil irgendwas nicht klappt im Leben. Wenn ich ein Wunder erlebt habe. Und so ist es. Neun kamen nicht zurück. Einer kam nur zurück. Und Jesus lobt diesen Fremdling, den Samariter. Wir haben heute Muttertag. Dankbarkeit, ein gutes Thema. Ein gutes Thema. Die Neuen haben die Heilung ganz selbstverständlich genommen. So schaut's doch aus. Ein Wunder ganz selbstverständlich genommen. Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel, nicht die Dinge selbstverständlich zu nehmen. Die wir in unserem Leben haben. Wenn sie weg sind, und das erleben wir doch in dieser Zeit, dann merken wir erst, was davon gegangen ist. Sind wir dankbar für das, was wir haben? Und wo ist denn die Dankbarkeit in der Gesellschaft? Am Anfang der Corona-Krise hat man den Leuten geklatscht, wenn sie die Einkaufsläden uns aufgemacht haben. Heute sehe ich mürrische Blicke, weil die zweite Kasse nicht aufgemacht wird. Die Dankbarkeit ist schnell weggegangen. Wir sind noch mitten in der Corona-Krise. Also ich frage mich wirklich. Jesus lobt diesen Fremdling, diesen Samariter. Er war dankbar, er kam zurück. Und warum betont er es so, dass es ein Fremdling ist? Die anderen neun waren Juden und einer war Samariter. Aber wieso betont er das? Dieses Wort ist ein sehr interessantes Wort, Fremdling. Im Tempel von Jerusalem gab es Verbotsschilder. Da stand drauf, für fremde Zutritt verboten. Die hat man gefunden. Für fremde Zutritt verboten. Dieses Wort hat Jesus benutzt. Genau dieses Wort. Fremdlinge, Zutritt verboten. Was will er damit sagen? Schürt er den fremden Hass? Ist das Jesus' Intention, die er da verfolgt? Den einige Jünger von ihm deutlich hatten, Jakobus und Johannes, sie werden nicht umsonst die Donnersöhne genannt, weil sie wollten, weil so ein Dorf Jesus nicht aufgenommen hat, das war auch noch ein samaritisches Dorf, gleich mal die Leute vernichten mit Feuer runter. Die waren deutlich Fremdenhass unterwegs. Die haben die Samaritaner gar nicht geliebt. Also Jesus will das bestimmt nicht, wenn er dieses ausgrenzende Wort Fremdling benutzt. Nein, was will er uns sagen? Wer waren diese Samariter? Von diesen Samaritern gibt es heute noch 700 auf der ganzen Erde. 700 Samariter gibt es zurzeit noch. Seit damals 700 Personen. Sie sind die kleinste ethnische Minderheit auf dieser Welt. Sie bezeichnen sich selber aber als Israeliten interessanterweise. Sie praktizieren ihren Glauben nach den fünf Büchern Mose. Sie leben heute im Westjordanland, an den Hängen des Berg Gerasim bei Nablus und ein anderer Teil wohnt in Israel bei Tel Aviv. Wie sind sie entstanden? Wer sind sie? Nach dem Tod Salomos wurde Israel geteilt in Judäa und Israel. Nord- und Südreich. Und das Nordreich entwickelte eigene Anbetungsplätze. Nicht den Tempel, damit das Volk nicht abmarschiert zum Tempel. So, und auch Hauptstädte haben sich gebildet. Eine neue Hauptstadt, nicht mehr Jerusalem, sondern letztendlich Samaria als Hauptstadt. Deswegen die Samariter. Alle sind entführt worden oder besetzt worden über die Assyrer, sind zurückgekommen, sind deportiert worden nach Assyrien und Jahrhunderte später unter Nehemiah und Esra haben sie wieder zurück in ihr Land dürfen und bauten Jerusalem und den Tempel wieder auf. Und wie sie damals den Tempel aufbauen wollten, wir lesen das in Esra 10, sind einige von den Israeliten zu den Judäern rübergegangen und haben gesagt, wir erkennen den Tempel als Anbetungsstelle an und befolgen die Gebote. Andere nicht. Und sie haben sich abgesondert und haben dann im Laufe der Zeit auf dem Berg Gerasim eine eigene Anbetungsstätte entwickelt. Die Samariter. Also eigentlich Brüder von den Israeliten. Und später unter den Makabären wurde diese Tempelstätte zerstört. Die Feindschaft jahrhundertelang wehrte an. Und zu Jesu Zeiten war der Fremdenhass auf Hochpunkt angekommen. Jakobus, Johannes haben gesagt, weg mit ihnen. Jesus wusste das und er liebte es, genau nach Samaria zu gehen. Mit seinen Jüngern, die so drauf waren, den Juden, die sie gerade da umbringen wollten. Er hat sie herausgefordert, seine Zuhörer. Er wollte, dass sie die alten Wege verlassen und die neuen Wege mit ihm gehen. Nämlich, dass das Heil nicht nur für die Juden ist, sondern für die ganze Welt. Und doch vielleicht zuerst bei ihren Brüdern, den Samaritern. Und drum ist er gerne dorthin gegangen. Die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes, wir kennen die Geschichten. Und so ist es auch heute noch. Jesus, das ist die Geschichte, fordert uns auf, die alten Wege zu verlassen. Er fordert uns auf, sich auf ihn zu verlassen, wie dieser Fremdling, wie dieser Samariter. Er will sie erreichen, alle Menschen. Und er schließt diese Geschichte in Vers 19 so. Zu diesem Samariter, der ihm anbetet und dankt, sagt er, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen wissen wir nicht, ob sie gerettet sind. Dieser, der die alten Wege verlassen hat und den neuen Weg mit Jesus gegangen ist, er erlebte als einziger die feste Zusage der Errettung. Halleluja. Weil er das Alte verlassen hat. Wir wollen nicht zurück zum Alten. Wir wollen uns entwickeln. wir wollen vorwärts gehen. So ist es. Und ich segne uns, dass wir das, was Jesus uns in dieser Geschichte sagt, in unser Herz nehmen. Wir gehen mit ihm einen neuen Weg. Amen.